Warum unser Eisenvital so gut schmeckt? Bestimmt liegt es an den guten Zutaten von leckerer Roter Beete, erlesenen Äpfeln, vollmundigen Kirschen und der speziell abgestimmten Kräutermischung. Die pure Kraft der Natur. Aber gewiss liegt es auch an der über 80-jährigen Erfolgsgeschichte bei der Herstellung von Naturarzneien nach den Hübner Qualitätsstandards. Denn hier am Standort Ehrenkirchen im Schwarzwald vereinen wir bei der Herstellung unserer Produkte Tradition und Innovation nach den geltenden EU-GMP-Richtlinien. Nicht zuletzt schmeckt Eisenvital auch wegen der gesunden Inhaltsstoffe so gut, die nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgewählt wurden. Zweifelsfrei arbeiten wir bei Hübner in Schwarzwälder Tradition und meistern mit der Energie von Eisenvital erfolgreich den Arbeitsalltag. Unsere Mitarbeiter sorgen mit ihrer Leidenschaft zum Produkt und Liebe zum Detail tagtäglich dafür, dass Eisenvital eines ist und bleibt. Genau mein Geschmack. Eisenvital bietet Menschen in speziellen Lebensphasen eine fruchtig schmeckende Eisenzufuhr. Eisenvital von Hübner Engelvital high- Hafiz Endium Möck